Mein Name ist Axel Becker, ich wohne zurzeit in Bergisch Gladbach. Hier ist ja schon der Platz, wo ich immer übe. Das ist noch ein ganz altes Möbel, was sich übrigens auch wiederfindet in dem Foto, wo ich vor 47 Jahren, glaube ich, war das, da spiele ich mit meinem Vater. Er spielt Cello und ich spiele Klavier als 14-Jähriger. Gut, dann wollen wir mal gucken. Bei uns zu Hause hatten wir einen Plattenspieler und Mozarts Klarinettenkonzert sonntags morgens. Der Kaffee duftet und der Vater hat es aufgelegt. Einfach das zu hören, das war mir so angenehm, da habe ich mich immer drauf gefreut. Wir haben drei Kinder und zehn Enkelkinder und das macht sehr viel Spaß. Und ich dachte gerade, das ist die Frage, was macht mehr Spaß, die Familie, die Große, oder eben die Musik, das ist keine Konkurrenz, sondern das gehört beides zu den Lebensmitteln. Musik machen ist für mich nicht so sehr, jetzt hier alleine zu sitzen und hier irgendwelche Arien oder irgendwelche Stücke zu spielen. Das muss ja natürlich auch sein, wenn man bestimmte Sachen auch machen möchte. Aber Musik ist ja auch Gemeinschaft. Und ich bin einfach von Anfang an immer ein Ensemble-Spieler gewesen. Musik Wir genießen jeden wunderbaren Sound, den wir zusammen erzeugen. Und das ist halt, ich glaube eben, dass die Musik so unmittelbar das Innere und das Ganze des Menschen anspricht. Auf das Bürgerorchester bin ich aufmerksam geworden durch unsere erste Geigerin in unserem Streichquartett. Sie hat mir Mut gemacht und ich muss sagen, dann habe ich schließlich das gewagt. Es ist natürlich einfach ganz toll, wenn er dann dirigiert mal oder hier bei dem Tutti. Du hast dann Klangfarben, die du in so einem kleinen Quartett nicht hast. Und das genieße ich schon sehr. Und das genieße ich schon sehr.